. Es ist natürlich etwas Außergewöhnliches, dass so ein Industrie- oder Bausauger mit ganz normalem Strom arbeitet. Ja, bei der Power ist es normalerweise überwiegend mit Starkstrom betrieben. Das heißt, mit diesem kleineren Gerät dringt ihr ja eigentlich in eine Nische vor? Im privaten Bereich, wo wir den Starkstrom nicht haben, da können wir mit dem Gerät rein, mit der Power, mit der Luft an eine Schleifmaschine Fräse anschließen oder egal was. Auf jeden Fall hat man viel Power, einen langen Schlauch, man kann einfach perfekt damit arbeiten.